In diesem Movie geht es mir um das angleichende Werkzeug in Adobe Illustrator. Ein Werkzeug, das man viel besser einsetzen kann, wie Sie sich vielleicht denken können. Ich mache hier ein neues Dokument, 200 auf 200 mm und sage OK. Jetzt hat ja der Illustrator immer das gleiche, dass er den Lineal nicht einblendet. Unter Ansicht, Lineal, Lineal einblenden oder Command und R auf dem Mac oder Control und R auf Windows Geräten können Sie diesen einblenden. Jetzt hätte ich gerne je auf der Mitte eine Hilfslinie. Ich kann die hier so ziehen. Wenn ich das ganz genau möchte, sage ich Ansicht, Hilfslinie, Hilfslinie sperren, deaktivieren. Ich wähle eine aus und dann kann ich mir hier diese Werte genau gleich wie zum Beispiel in einem InDesign neu setzen. Nachher unbedingt wieder die Hilfslinien sperren, dass die nicht im Weg sind. Wir starten mit einem kleinen Kreis, dem geben wir eine schwarze Kontur. Die Konturstärke nehme ich bei mir mal auf 0,5 Punkte. Jetzt mit gedrückter Alt und Shift-Taste kopiere ich den nach rechts, wähle beide aus und jetzt gehe ich das erste Mal unter Objekt. Angleichen, erstellen und jetzt macht es mir dazwischen mehrere Kreise. Ich gehe jetzt auf das Ellipsenwerkzeug mit gedrückter Alt und Shift-Taste, mache ich einen Kreis aus der Mitte und wähle zusätzlich jetzt die kleinen Kreise an. Also die kleinen Kreise und der grosse Kreis sind jetzt ausgewählt, Objekt, angleichen und jetzt kommt das Achse ersetzen. Jetzt sind diese Kreise, die kleinen Kreise auf dem grossen Kreis. Jetzt muss ich auf das Scherewerkzeug. Ich klicke hier oben in die Mitte des grossen Kreises und schon werden die kleinen Kreise auf dem grossen Kreis verteilt. Unter Objekt, Angleichen, Angleichungsoptionen kann ich das noch einstellen. Vorschau rein, mit der Pfeiltaste nach oben mache ich einzelne Kreise dazu, nach unten wieder weg. Oder mit gedrückter Shift-Taste sind das immer 10er Schritte. Ich gehe mal rauf bis ich 100 habe und schon habe ich jetzt so einen Ring aus Kreisen erstellt. Und da machen wir jetzt zwei, drei Beispiele. Ich gehe hin, mache mir eine Ellipse, auch die bekommt eine schwarze Kontur, genau gleich 0,5. Auch der nächste Schritt ist genau der gleiche, Alt und Shift-Taste. Ich wähle beide aus, Objekt, Angleichen, Erstellen. Sie sehen den Kürzel, Alt, Command und B. Dann mache ich auch aus der Mitte mit gedrückter Alt-Taste eine Ellipse. Ich wähle die grosse Ellipse und auch die kleinen Ellipsen aus, sage Objekt, Angleichen, Achse ersetzen. Nächster Schritt wieder auf die Schere und oben in der Mitte schneiden. Und auch dann sage ich wieder Objekt, Angleichen, Angleichungsoptionen, Vorschau rein. Und auch hier mache ich mehrere Stufen über die Pfeiltasten. Und Sie sehen, jetzt gibt es ein Oval. Okay, das kann ich natürlich meinen Bedürfnissen anpassen. Dieses Oval, also ich sage hier noch ein bisschen nach unten und so weiter. Ich würde einfach immer da den Mittelpunkt nochmals nachträglich hineinsetzen. Gut, als nächstes gehe ich hier auf das Polygon-Werkzeug. Ich klicke hier und ich möchte ein Dreieck, vielleicht so 9 Millimeter. Okay, das kann ich ja immer noch vergrössern oder kleineren. Dann sage ich wieder schwarze Kontur. Ich sage wieder 0,5 Punkt. Genau das gleiche. Alt, rüberschieben, dass ich eine Kopie habe. Beide Dreiecke auswählen. Objekt, Angleichen, erstellen. Dann mache ich zum Beispiel, machen wir das mal ein Rechteck. Auch wieder aus der Mitte. Machen wir ein Rechteck, vielleicht so. Ich wähle das zusammen mit den Dreiecken aus und sage Objekt, Angleichen, Achse ersetzen. Dann sieht das so aus. Auch hier, nächster Schritt, oben in der Mitte schneiden. Dann wird das verteilt. Objekt, Angleichen, Angleichungsoptionen. Vorschau rein. Auch hier können Sie mehr oder weniger machen. Und hier kann man sehr schön erklären, was das ist. Jetzt sehen Sie, geht es nach innen. So wird das einfach verteilt. Ich nehme mal diese Variante. Und auch hier kann ich natürlich nach oben oder unten, wie mir das gefällt. Auch hier, dieses Quadrat kann ich natürlich verkleinern und vergrössern. Das ist ja kein Problem. Auch hier würde ich dann schauen, dass der Mittelpunkt da ist. Und dann haben wir so eine Art Muster erstellt. Also das kann man sehr gut mit diesen Angleichungsoptionen erstellen. Sie finden die unter Objekt, Angleichen und dann erstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.